Hallo und herzlich willkommen zum Rebell-AT-Gaming-Podcast, die Corona-Edition Nummer 1. Wir kommen direkt aus der Quarantäne, direkt aus der Selbstisolation zu euch ins Ohr und unterhalten euch heute mit einem Podcast, der eine ganze Menge Hass beinhalten wird. Denn wir sprechen heute über Call of Duty Warzone, das neue Battle-Royal-Spiel der Call of Duty-Macher. Wir, das ist die Rebellar-T-Crew in voller Besetzung, da ist der Konrad Kelch aus Hamburg. Hallo Konrad. Ali, hallo, hallöle. Und der Siegfried Arnold aus Salzburg, hallo Sie. Hallo. Der Georg Pichler aus Wien, der sich hoffentlich so eine geschmackslose Scherze jetzt verkneift. Ich bin ganz, ganz brav und grüße unsere Hörerinnen und Hörer. Und eben ich, der Tom Schaffer in Wien. Und gemeinsam sitzen wir auf der längsten Gaming-Couch der Welt, wie er nie aufgepasst hat. Sie reicht von Wien bis Hamburg grenzübergreifend, auch in Zeiten des Virus. Da ist extra eine Ausnahme. Wie geht man bei dieser Grenzschließung damit um, dass da jetzt ein dickes, fettes Sofa einfach quer über die Grenze geht? Ja, es gab wirklich Beschwerden von Seiten des deutschen Innenministeriums. Aber wir haben das mit einer Ausnahmegenehmigung hingekriegt. Okay, super. Leute, wir sind ja darauf vorbereitet, was da hier kommt. Als Gamer haben wir uns unser Leben lang auf diesen Moment vorbereitet. Wochenlang in der Quarantäne mit unserem Computer gemeinsam zu überlegen. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe Internet, ich habe einen Gaming-PC, es steht Bier im Kühlschrank. Und du hast einen Pile of Shame in deiner Steam-Library mit über 500 Spielen. Über den reden wir nicht. Ja, also es ist fast blöd, dass ich trotzdem noch arbeiten muss im Homeoffice. Weil ich hätte sonst jetzt endlich die Gelegenheit, die 2000 Titel, die ich im Humble Bundle irgendwann mal gekauft habe, dann nach und nach durchzuarbeiten. Na ja, das ist ein ernstes Thema. Wir werden trotzdem ein bisschen drüber scherzen. Oder hat irgendwer Angst vor euch davon? Ich gehöre ja nicht zur Risiko-Zielgruppe. Also ich habe schon Angst um meine Eltern oder um meine Großeltern. Also all diejenigen, die halt das Ganze nicht so leicht wegstecken können. Aber ich glaube, das hat jeder. Ja. Ich werde tatsächlich meinen Eltern, die auch schon etwas älter im Semester sind, eine Schutzmaske aus meinem Bestand rüberschicken, damit zumindest einer von ihnen einkaufen gehen kann. Weil die haben anscheinend auch aktuell nicht so wirklich Nachbarn, die das machen können. Und keine geeigneten Schutzmasken zu Hause. So viele Themen auf einmal, über die man da jetzt ausführlich sprechen könnte. Lassen wir das am besten sein. Und kommen wir zu einem anderen Virus, nämlich Call of Duty Warzone. Ziggypedia. What the fuck? Ja, das ist der erfolgreichste Spielestart aller Zeiten oder so in die Richtung war es. Also irgendwie dreimal so viele Startspieler wie bei Apex Legends eingeschlagen wie eine Bombe. Free-to-Play-Battle-Royale für Call of Duty Modern Warfare. Nennt sich eben Warzone, wie schon gesagt. Es ist der geile Scheiß momentan gerade. Der geile Scheiß. Es muss auch so sein, denn man lernt gleich mal 86 GB runter, um das Ding spielen zu können. Georg, warum? Weil die Entwickler von Activision gedacht haben, hey, es ist eine total geile Idee, dass alle, die eigentlich nur Warzone spielen wollen, gleich das komplette Call of Duty Modern Warfare runterladen müssen. Hashtag Marketing. Wohl in der Hoffnung, dass die das so geil finden, dass sie dann auch noch irgendwie die 50 Euro für das Hauptspiel quasi ausgeben. Ja, ich bin nicht begeistert. Gut. Ja. Wir sind nicht begeistert. Aber reden wir mal über das Spiel. Konrad, wie unterscheidet es sich von einem grundsätzlichen PUBG-Battle-Royale? Sagen wir es PUBG als Referenz mal wieder. Ja, also es unterscheidet sich erstmal in der Anzahl der Spieler, die gleichzeitig auf der Maps ihr Unwesen treiben. Also ein PUBG sind das ja maximal 100. Bei Call of Duty Warzone sind es 150. Das ist, glaube ich, so das Erste, was einem auffällt. Das Zweite ist, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, um sich in das Spiel nach seinem Ableben wieder neu einzukaufen. Beziehungsweise neu einzuwählen. Das Erste ist, wenn man das erste Mal quasi nicht nur gedownt wurde, sondern auch getötet wurde, dann wird man an den sogenannten Gulag verfrachtet. Unter diesem appetitlosen Namen verbirgt sich nichts anderes als ein In-Fight-Szenario, wo man in einem One-Versus-One-Death-Match sich quasi als Gewinner wieder ins Spiel zurücktransportieren kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass die verbleibenden Spieler des Squads an einem sogenannten Laden oder das ist eigentlich eine Box, wo man Sachen kaufen kann. Ja, genau, danke. Dass man da ein Revive für das Teammate kauft. Das heißt, damit kann man gegen Cash denjenigen auch wieder zurück ins Spiel holen. Das ist allerdings relativ kostspielig. Das kostet 4.500 Geld. Und dann die dritte Möglichkeit ist die, dass man halt ganz normal wieder aufgehoben wird, wenn man nur genockt wurde. Es gibt auch noch das Self-Revive-Kit. Ja, okay. Es gibt auch noch das Self-Revive-Kit, was man auch kaufen kann und was man dann in sein Loadout einfügen muss, beziehungsweise was man, glaube ich, finden muss. Oder kann man das finden? Nee, man kann es nur kaufen. Man kann es auch finden. Das aktiviert sich, glaube ich, dann, wenn man erschossen wird. Genau. Okay, lange Rede, kurze Szenen. Es gibt nicht dieses, du rennst herum und dann bist du tot, sondern es gibt das, rennst herum und dann bist du nicht tot, so tot, wie man sein könnte, vielleicht wieder da, vielleicht auch nicht. Ja, Skulag macht halt irgendwie zu nach einer bestimmten Zeit. Genau, aber das ist halt so grob die Möglichkeiten, die es gibt. Ich weiß nicht grob, das sind alle Möglichkeiten, die es gibt. Und ja, das ist so, das ist das, was quasi Call of Duty Warzone mehr oder weniger auszeichnet. Der Rest ist ja mehr oder weniger Standard-Battle Royale. Also, wer nicht weiß, was ein Battle Royale spielt, der braucht es jetzt nicht wirklich. Objection. Objection. Ja, was denn, bitte? Durch diese Mechaniken, die du da jetzt beschrieben hast, bleibt eigentlich von einem wirklichen Standard-Battle Royale nicht mehr viel über, weil du dieses, der letzte Überlebt-Gefühl wenig hast. Es wirkt einfach wie ein riesiges Team-Deathmatch, weil ständig irgendwie alle am Leben sind. Also, es dauert richtig lange, bis einmal wirklich ein Squad komplett draußen ist, weil du eben so viele Möglichkeiten hast, wieder zurückzukommen und eben das Ganze auch in Kombination iterativ öfter machen kannst. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit, wie der Gerd gesagt hat, hört sich das dann zwar auf, aber es ist eigentlich, es kommt nicht die Battle Royale-Stimmung auf bei mir. Es ist ganz lustig. Warum heißt es Battle Royale? Weil es einen Kreis hat, der immer enger wird und weil am Schluss nur einer überbleibt, ja. Aber dieses Battle Royale-Prinzip, dass man auch nur ein Leben hat, ist mal komplett ausgehebt. Der Kreis ist noch da. Der ist aber in der Ursprungsidee ja eigentlich gar nicht unbedingt nötig. Das ist eigentlich nur ein Design-Element, damit die Leute sich irgendwann nicht völlig verlaufen und der letzte 22 Stunden suchen muss, bis er den anderen findet. Also, dieses Hilfs-Design-Element ist noch da, aber das Grundprinzip dieses, du kannst jederzeit sterben und bist dann raus, ja, das Last-Man-Standing-Prinzip, das ist ausgehebelt, finde ich. Und auch eine wichtige Komponente, Conrad, bitte kurz noch, eine wichtige Komponente, wenn man es jetzt zum Beispiel aus Hangar Games kennt, dass man um den Loot kämpft und wenn man dann jemanden erledigt, dass man dessen Loot kriegt oder wie es eben tatsächlich im Ursprungs-Battle Royale war, das gibt es da auch nicht. Du gehst in ein Haus, in einen Schuppen rein und bist voll gekittet. Es gibt Kisten und in diesen Kisten ist de facto immer volle Ausstattung drinnen. Dass du nicht komplett alles hast, was du brauchst, ist so gut wie ausgeschlossen. Au contraire, Chérie. Also, ich finde nicht, dass das Gefühl weggeht. Es ist ein anderes, aber es ist nicht weg. Ich finde dadurch, dass das Spiel auch vom Pacing her natürlich deutlich schneller als ein PUBG ist zum Beispiel. Und sogar, ich würde sogar sagen ... Das würde ich jetzt ganz kurz einwerfen, du kannst gleich weiterreden. Ich würde nur sagen, dass Pacing schneller ist, würde ich nicht unterschreiben. Es hat gewisse Elemente, die schneller sind. Aber reden wir gleich weiter. Ja, aber man ist auf jeden Fall deutlich schneller in einem Combat. Ja, also, das ist bei PUBG, wenn man jetzt zum Beispiel nicht gerade hotdroppt, kann das ja schon mal ein bisschen dauern, ne? Gerade auf den klassischen Maps. Und das Resultat dieser Auseinandersetzung muss halt auch nicht immer den kompletten Ausstieg aus dem Spiel bedeuten. Es ist aber so, dass es jetzt nicht total einfach ist, wieder ins Spiel einzusteigen. Ja, also, wenn man im Gulag verkackt, verkackt man. Dann ist man raus. Wenn ein Dreierteam dezimiert ist durch zwei Spieler, ist es natürlich auch schwierig, die dann wieder zurückzukaufen. Etc. pp. Muss ich ja jetzt nicht lange drüber nachdenken. Ist ja klar. Es wird einem auch nicht geschenkt, dieses Revive. Ja, aber der Risk-Reward-Faktor gerade bei diesem einen Spieler zurückkaufen, finde ich nicht besonders gelungen. Also, entweder muss man das viel teurer machen oder, keine Ahnung, irgendwelche optischen Marker für Leute in der Umgebung sitzen, wenn da jetzt irgendjemand wo zurückgeholt wird. Okay, wir sind schon extrem in den Details drin. Die Leute wollten noch ein bisschen nicht verstehen, um was geht. Ganz gerne noch ... Also, ich würde ganz gerne auf den Punkt zurückkommen mit dem Loadout. Das ist ja ein Punkt, wo wir auch im Vorfeld uns schon so ein bisschen drüber mokiert haben und was auch einfach schwierig ist, meiner Meinung nach auch schwierig ist, weil man das am Anfang gar nicht so richtig checkt, wie es funktioniert. Also, bei PUBG ist es ja so, dass man seine Waffen jederzeit im Inventar selbst ausrüsten kann. Ja, also, sprich, man kann ein größeres Magazin anlegen, et cetera, pp. Und das gibt es alles in Call of Duty Warzone im Spiel nicht, sondern das gibt es quasi nur außerhalb des Spiels, indem man seinen Loadout selbst modifiziert. Ja, man kann dann die Waffen selber aufrüsten mit Visieren und so weiter. Und das Ganze muss man aber frei spielen. Also, es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man das einmal in der Spielwelt aufgesammelt hat, dann hat man das, sondern man muss die Waffen auf diverse Levels hoch trainieren, um dann quasi ein erweitertes Magazin zu haben oder ein Red Dot Visier oder ein Zoom Visier und so weiter. Und das ist halt so eine Komponente, die bei PUBG ja komplett davon abhängt, was für ein Loot du dir mehr oder weniger zusammensuchen konntest. Ja, also, bei PUBG ist da ja relativ viel Glück mit drinnen. Das ist bei Call of Duty Warzone nicht so. Also, bei Call of Duty Warzone ist es wirklich so, dass man mit zunehmender Progression im Spiel auch zunehmend besseres Loadout bekommt. Und das hat man fix sozusagen. Wenn man die Waffe im Spiel findet, hat man sie so ausgerüstet, wie man sie ausrüsten will. Das heißt, Call of Duty Warzone belohnt den Spieler für viele Spielstunden und für viel Progression deutlich krasser und sorgt für deutlich krassere asymmetrische Machtverhältnisse im Spiel, als es zum Beispiel in PUBG tut. Ja, das ist eben kein Battle Royale. Das ist ein Loot-Shooter mit fertigen Kitzel. Es wirkt wie Borderlands mit Team Fortress-Meshup. Also, das verstehe ich mich nicht falsch. Das ist nett zu spielen, aber es ist kein Battle Royale. Nicht einmal ansatzweise. Außer, dass am Schluss einer überbleibt. Aber das qualifiziert sich eben nicht als Battle Royale. Es ist nicht das klassische Battle Royale, das wir jetzt kennen. Weil darüber sind wir uns jetzt, glaube ich, eh einig, dass es sich massiv unterscheidet und dass es eben dadurch auch sich anders anfühlt. Also, die Strafe auf den Tod ist nicht so hoch. Dadurch ist dieser Suspense ein bisschen weg. Dafür ist es schneller. Es fühlt sich, wenn man es mit PUBG vergleichen möchte, ein bisschen mehr wie Karakin an und überhaupt nicht wie Erangel eigentlich. Dieses ursprüngliche PUBG, wo es alles sehr langsam ging, wo man sehr viel Angst hatte, dass jederzeit ein Schuss dich von irgendwoher töten könnte. Dieses Gefühl gibt es hier einfach nicht. Sondern man rennt um Ecken. Man kann ja nicht mal pieken oder so. Man rennt um Ecken, sorglos, dann kommt man in einen Kampf und wenn es passiert ist, dann ist es halt passiert. Man hat eh noch Chancen, zurückzukehren und sonst spielt man halt das nächste Spiel. Also, ja, ich glaube, darüber können wir uns mal einig sein, dass sich das Gefühl ein bisschen anders anhängt, ob man das jetzt deshalb Battle Royale nennen kann oder nicht. Ich muss da jetzt kein Prist des Genres sein. Es gibt ja auch nicht nur Battle Royale, es gibt auch einen zweiten Modus, der deutlich besser zur Mechanik des Spiels passt, als dieser Premiere, der jetzt zu gehypt wird, der mir eigentlich auch besser gefällt. Arr, Plunder. Wie schaut es da mit euch aus? Plunder, genau. Worum geht es da? Kann das jemand kurz erklären? Naja, man springt auf der gleichen Karte ab als Team. In der Welt ist Geld verstreut. Man kann auch Missionen annehmen, die solchen komischen Contract-Tablets warten und die schicken einen dann irgendwo hin. Man muss irgendwelche Kisten öffnen oder kurz irgendeinen Punkt halten. Oder anscheinend, das ist uns noch nicht passiert, irgendeinen gegnerischen Spieler nuken und halt damit Geld sammeln. Und dieses Geld hat man aber dann nicht quasi direkt am Konto, sondern man muss das dann entweder an Ballons hängen, die man kaufen kann oder zu einem Helikopterlandeplatz bringen, wo es dann abgeholt wird. Das heißt, das soll ein bisschen Risiko reinbringen eben bei solchen Zonen. Plus die Leute, die in Führung sind, die Spieler und die Teams, die werden auf der Karte gekennzeichnet und damit eben ja andere versuchen, ihnen das Geld abzuluchsen, bevor sie es in Sicherheit bringen. Wenn man es genau nimmt, der erste Spielmodus ist eine Anlehnung an Battle Royale-Spiele oder an Papaji. Der zweite Spielmodus ist, was die Division gemacht hat im Prinzip. Also Extraction von Zeug per Helikopter, das man sich vorher erspielt. Ja, der Sigi hat schon gesagt, oder wer hat es gesagt, weiß ich nicht, egal, dass es besser zum Spielmodus passt. Das finde ich auch. Wir haben es lustigerweise ja schon bei unserem zweiten Squad-Versuch gewonnen, die Runde. Und das hat deutlich mehr Spaß gemacht. Irgendwie hat man da diese, dass da dieser Battle Royale-Effekt, dieses One-Hit-Könnte-Dich-Killen fehlt, stört weniger. Man kommt auch schneller zurück. Da gibt es diesen sau-depperten Gulag. Also der ärgert mich ja wirklich und symbolisiert sehr viel, was ich an Call of Duty eigentlich überhaupt nicht mag. Darüber möchte ich auch noch reden. Aber hier ist alles viel schneller gepaced. Du kommst nicht in 17 verschiedene Spielmodi rein. Das ist ja auch bei diesem Battle Royale-Modus. Du spielst dieses normale Spiel, dann suchst du Loot, du gehst herum und dann killst du Leute und dann plötzlich hast du einen Ladebildschirm, dann wartest du, dann spielst du ein 1 gegen 1, das eigentlich mechanisch überhaupt nicht lustig ist und dann kommst du zurück ins Spiel und bist wieder im Battle Royale. Da überfrachten sich ja die Spielerfahrungen völlig. Das ist hier im Plunder-Modus einfach nicht da. Der ist sehr stringent, sehr gestreamlined, finde ich. Und deshalb gefällt er mir einiges besser. Ja, also ich finde, ich habe jetzt nicht so viel den Battle Royale-Modus gespielt, aber den finde ich eben allein aufgrund dieser zahllosen Revive-Mechaniken spricht er mich nicht so an. Das Plunder-Dings war halbwegs lustig, aber ja. Es gibt einige andere Sachen in dem Spiel, die ich nicht verstehe. Das wären so technische Dinge wie warum zur Hölle kann mir in einem Shooter im Jahr 2020 nicht lienen. Weil es notwendig ist, weil das Gameplay sehr Arcade-lastig ist. Was mich vielmehr an ... Ach, aufregt. Ankotzen ist immer so ein hartes Wort. Was mich vielmehr wundert, noch weicher, ist, dass wir ein Battle Royale-Shooter spielen, der genau einen Spielmodus kennt im Battle Royale, nämlich den Dreier-Koop. Es gibt keinen Single-Modus, es gibt keinen Duo-Modus, es gibt auch keinen Vierer-Koop. Ich gehe mal davon aus, dass das irgendwann noch mal nachgereicht wird, weil das ist ja eigentlich, finde ich, relativ lächerlich, dass es das nicht gibt. Also aktuell ist es so, entweder ihr seid zu dritt oder ihr lasst euch ein fremdes Team mit aufnehmen oder ihr spielt halt in Unterzahlen. Punkt. Was ich übrigens, was mir gerade eingefallen ist, rückblickend auf Apex sehr lustig finde, weil das war ja, als Electronic Arts eben damals mit Apex dahergekommen ist, einer der größten Kritikpunkte von Anfang an, dass man eben nur irgendwie im Squad spielen kann, aber dass es irgendwie kein Solo oder so gibt und sie haben es dann erst ewig danach reingebracht, dass Activision daraus nichts gelernt hat, ist schon sensationell. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Wir haben schon ein Bild drüber philosophiert und uns gefragt, ob sie Angst haben, dass die Wartezeiten auf die Server zu lange werden, wenn sie zu viele Modus reintun. Und dann stelle ich mir halt die Frage, okay, das ist ein Call of Duty Game. Das ist Free to Play und wir sitzen gerade alle in Quarantäne. Ich meine, okay, das war vielleicht ein bisschen schwer vorherzusehen, aber trotzdem, wenn du da die Server nicht voll kriegst, bei welchem Spiel denn dann? Ja, und sie sind nicht voll. Und ja, man wartet tatsächlich ziemlich lange, bis man ins Spiel kommt teilweise. Also das ist schon... Und das Spiel startet dann mit einem nicht vollen Server. Also die Spiele starten teilweise schon mit 70 Leuten, weil einfach die Server nicht voll werden. Und Conor hat einfach gesagt, weil es arcadey ist. Das stimmt. Ich finde das Gunplay in dem Sinn, dass sich die Waffen gut anfühlen, dass sie nachvollziehbar funktionieren, ziemlich gelungen, muss ich sagen. Das passiert mir bei Shootern, seit ich überhaupt Ski gewohnt bin, nicht mehr so oft, dass ich das intuitiv gut verstehe. Das geht. Was ich nicht so geil finde, ist die Ballistik der Kugeln und so weiter. Die haben teilweise absurde Kurven. Also Drops und so weiter, die funktionieren dann doch nicht so intuitiv. Ich habe das Gefühl, das ist sehr auf Point and Click einfach. Nein, gerade so auf die Distanz. Also ja, ganz in der... Die meisten Dinge spielen sich ziemlich close combat ab. Also die Distanz-Waffen spielen nicht so eine große Rolle wie in PUBG. Aber auf die Distanz habe ich schon oft das Gefühl, dass der Bullet Drop extrem ist und dass du der Kugel eigentlich sogar dabei zuschauen kannst, wie sie runterfällt, was halt absurd ist. Ja, wobei die Distanz-Geschichten relativ sinnbefreit sind, weil die Mechanik eben so arcade ist. Wenn du jetzt ein Scharfschützengewehr hast, dann musst du den Gegner relativ oft treffen, bis er stirbt. Und die Chance hast du gar nicht, weil die Leute sich zu schnell bewegen, zu schnell in Deckung kommen. Also das Einzige, was du als Distanzwaffe nehmen kannst, sind eh diese Raketenwerfer-artigen Geschichten. Ja, wir hatten schon Probleme an manchen Stellen mit Snipern, die uns halt dann daran hinderten, über eine Brücke zu kommen oder über einen Graben. Blablabla. Das kann schon Sinn ergeben. Was aber nicht funktionieren wird, ist, dass du Leute ausschaltest mit dem Ding. Und das hat eben mit diesen Mehrfach-Revives zu tun. Dadurch, dass du eben erstens vom eigenen Spieler, dann vom Self-Revive, blablabla, wir haben es schon durchgesprochen, wieder dadurch, das entwertet halt Sniper extrem. Weil im Close-Compat setzt du nach und killst den Typen. Auf die Distanz geht der hinter einen Stein und setzt sich wieder hin und ist wieder da. Ja, macht es halt halb so lustig. Ich habe das mal gehabt, bei einem meiner ersten Spieler bin ich in einem Wald. Ich habe allein gespielt im Squad-Modus. Bin im Wald und dann kommt links von mir ein Zweierteam vorbei und ich erledige den Ersten und erledige den Zweiten. Und auf einmal steht der Erste wieder und habe mich nicht sehr ausgekannt in dem Moment, weil ich das mit dem Self-Revive noch nicht ganz verstanden habe. Das ist halt sinnlos. Es macht sowohl das Solo-Game als auch das Sniper-Game zunichte großteils. Das sind taktische Elemente, die man einsetzen kann, um Leute zu hindern, schnell voranzukommen. Das ist wahrscheinlich sinnvoll, wenn der Kreis kommt, denn der tut mehr weh als in anderen Battle Royale-Spielen. Aber es macht nicht so wahnsinnig viel Sinn, um einen Fight dann tatsächlich zu gewinnen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe den Kreisrand noch nie gesehen. Also ich habe den, keine Ahnung, das ist so langsam die Progression des Kreises und der ist so wenig stressend, dass du eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt bist und sicher nicht mit vor dem Kreis davonlaufen. Ja, wenn du einmal reinkommst, der tut schon sehr weh. Ja, der tut richtig. Also der ist schon auch auf der ersten Stufe, beziehungsweise ich glaube, den gibt es gar nicht in Stufen. Zehn Sekunden unangenehm. Ja, also es ist wirklich, du bist da, wenn du da zu länger, also maximal zehn Sekunden kannst du da drunter, dann bist du tot. Und man muss ja auch sagen, wenn du abspringst ... Ja, und du kannst dich nicht halten. Und wenn du abspringst, weißt du halt schon, wo der Kreis ist. Das heißt, du kannst ja selber für dich ausloten, gehe ich lieber gleich sofort direkt in den Kreis und habe da halt dann natürlich mehr Gegner oder glaube ich ein bisschen außerhalb in der Hoffnung, dass da weniger runterkommen und dass ich da in Ruhe erst mal mein Blut sammeln kann. Wobei da auch die Frage ist, inwiefern man das überhaupt ... Inwiefern da man so viel Energie reinstecken muss oder das so schwer gewichten muss. Was ich persönlich für mich als sehr störend erachte, und ich weiß nicht, ob es euch genauso geht, aber dieses Spiel, und das ist allgemein, das ist mein Problem, was ich mit Call of Duty und Battlefield allgemein habe, ist, dass sie Krieg wahnsinnig ernst nehmen und es als wahnsinnig geile Veranstaltung präsentieren. Und ... Ich finde, das ist hier noch viel ... Also, Battlefield, finde ich, macht das noch um einen Schritt weniger sogar. Ja, das stimmt. Das ist das, was mich ankotzt an Call of Duty. Es kotzt mich an. Wenn du in der Lobby bist und du wartest auf den Server, der startet, dann kommt da hinter dir so ein Typ mit der Totenmaske und er schaut dich ein bisschen gruselig an und er ist sehr martialisch und sehr fett und so weiter und so fort. Und der signalisiert und symbolisiert für mich alles, was ich an dieser Serie hasse. Es ist dieses unheimlich martialisch Ernste und gleichzeitig völlig Respektlose an allem, das es unterscheidet von einem PUBG, das extrem nüchtern daherkommt, das es unterscheidet von einem, um weit zurückzugehen, von einem Operation Flashpoint, das mit der Thematik ja auch ernst umgegangen ist. Also das einfach, das ist einfach ein Teenie-Scheiß. Das ist was für komplett unsensible Leute und von mir aus spielt das, ich meine, ich habe nichts gegen jemanden, der gern Call of Duty spielt, versteht mich nicht falsch, aber wer das wirklich thematisch geil findet, der kann nicht über 16 sein geistig. Das geht nicht. Ja, also ich muss auch sagen, ich fühle mich da immer sehr unbehaglich und ich finde es halt auch wirklich unpassend und auch einfach komplett unnütz. Ja, es bringt gar nichts dem Spiel und ich muss auch noch mal dazu sagen, warum nennt man im Jahr 2020 einen Spielelement Gulag? Ja, also das verherrlicht ja diese Art der Gefangennahme und ist einfach respektlos gegenüber all den Opfern, die in einem Gulag gefangen gehalten wurden, gegen ihren Willen oder beziehungsweise gegen geltendes Recht. Und das finde ich halt unsensibel und überflüssig. Und das ist auch ein Punkt, wo man auch einfach mal Activision Blizzard sagen muss, Jungs, ganz ehrlich. Geht scheißen. Wer sitzt dort in der Marketingabteilung, liest diesen Namen und denkt sich, okay, klingt gut, nehm man. Und es braucht's nicht, es braucht's nicht, es macht's nicht witziger. Du kannst da einfach sagen, das ist das Duell, um zurückzukommen. Du kannst es gleich ausschalten lassen, du musst es nur nicht Gulag nennen. Dual Zone oder meinetwegen Prison oder irgendwas. Ja, nee, auch Prison nicht. Also, du kannst es einfach Dual Zone nennen oder was weiß ich. Du kannst es ja meinetwegen auch Fight for your life oder so nennen, ist ja Latte. Aber ich versteh's nicht, warum man sich heutzutage immer noch solchen peinlichen, ja, am Marketing-Desaster kratzenden Begriffen bedienen muss und auch solchen Settings. Und ich mein, wie viele Spieler, die das spielen, sind wirklich unter 18, ja. Ich glaub, die Zahl ist das ... So viele würden's dann auch wieder nicht sein. Ich versteh's einfach nicht. Für mich ist das ein Punkt, wo ich immer denke, das kann man geschickter und schöner und besser machen und man kann sich da auch mal ein anderes Setting einfallen lassen. Ja. Aber es scheint ja an anderen Stellen auch durch. Also, man sieht ja deutlich, dass dieses Spiel nicht für Kinder gemacht ist, aber jetzt auch nicht irgendwie unter Anführungszeichen für ernstzunehmende Erwachsenen-Unterhaltung. Das ist so drinnen. Also, ja, der pubertierende 14- bis 16-Jährige, der findet das geil und auch viele Elemente, die du dort findest, bezeichnet das Ganze. Also, du hast quasi überall so ein Gratifikationssystem drinnen. Wenn du irgendein Item aufhebst, dann gibt's irgendwelche Soundeffekte, also Gitarren-Riffs, es leuchten über irgendwelche bunten Waffen mit Lila und Orangenumrandungen, die dann Ultimate oder Perfect oder Rare oder was auch immer sind. Also, das spielt sich wie ein Borderlands und irgendwie... Nimmt sich aber nicht so lustig. Es versucht zu wirken, als wäre es ernst zu sein, es ist aber nicht überzogen. Also, bei Borderlands, eben, wie gesagt, passt es. Bei Fortnite ist es bewusst absolut kitschig, das passt auch, aber das Spiel versucht irgendwie zu tun, als wäre das alles ernstes auf der anderen Seite, aber der absolute Kitsch. Und es ist so realistisch. Es wird ja auch als realistisch verkauft. Es ist zwar absolut Arcade und völlig gaga von der Grundstimmung her und vom Setting her, aber es gilt als realistischer Shooter. Oder will einer sein. Und das alles zusammen ist für mich eine scheiß unsympathische Mischung. Wirklich. Ich mag das nicht. Ich habe Call of Duty ganz am Anfang sehr gerne gemacht, so diese ersten zwei Titel, die es gehabt hat, aber es hat irgendwann einmal eine Abzweigung genommen, die ich wirklich nicht ertrage. Also, sorry, ich finde das Spiel grundsätzlich, das Warzone, wenn man das jetzt hernimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich das ab und zu mal spielen mag, weil es ist nicht... Trotz vieler Ärgernis ist es nicht schlecht gemacht und hat ein paar gute Elemente, aber es ärgert mich an so vielen Ecken und Enden und da haben wir jetzt von dem ganzen technischen Schmoren, der da abgeht, noch gar nicht gesprochen, sondern wirklich mal vom Inhaltlichen her. Technisch, was gibt es da so? Technisch habe ich dem Spiel jetzt nicht so viel vorzuwerfen. Es schaut recht gut aus. Ich kann sogar die Auflösung quasi um 33 Prozent höher schalten, als ich sie eigentlich habe, damit es noch besser ausschaut. Und es läuft völlig flüssig, es ruckelt nicht, es gibt keine merkbaren irgendwie Frame-Drops oder heftige Lags. Also technisch haben die das auf der Ebene schon ganz gut unter Kontrolle. Aber ich glaube, das meinte der Tonbon jetzt. Oder? Das auch. Also das technisch, das technisch, dass es sehr solide rennt, keine Frage, dass es detaillierter ist als andere PUBG, also PUBG zum Beispiel, natürlich, es schaut in dem Sinn gut aus. Was ich meine, ich habe andere technische Probleme, also bei mir ist es extrem blurry. Ich habe alle möglichen Sachen, die es blurry machen könnten, ausgeschaltet. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht alleine. Ich habe zwar gesagt, bei euch schaut es nicht so schlimm aus, aber ich habe mir jetzt vorher den GameStar-Test schnell durchgeschaut und die Screenshots, die da drin sind. Und das sieht unscharf aus. Das Spiel ist irgendwie unscharf. Ja. Aber das ist auch noch immer nicht mal unbedingt das, was ich meine, sondern du startest in das Spiel, du startest in das Spiel und jedes Mal lädt dieses Spiel neue Shader runter und installiert sie. Und das dauert ungefähr eineinhalb Minuten und es geht zwar nebenbei, aber wenn du währenddessen schon ins Spiel startest, ruckelt der wie scheiße. Ruckelt das wie scheiße. Und du hast vor 80 GB runtergeladen. Ja. Mehr als 80 GB. Und das Ding kann sich nicht im Battle.net Launcher schon aktualisieren, sondern nein, du musst das Spiel starten und dann ladet es irgendwelche Shader rum. Ich kenne das aus keinem anderen Spiel der Welt. Genauso wie ich dieses Dynamic Resolution Scheißding, das ich mir dann gezeigt habe, damit es nicht ganz so blurry ausschaut, das kenne ich von nirgends. Ich muss mich nirgendwo sonst eine halbe Stunde mit den Options beschäftigen, damit es halbwegs solide aussieht. Darf ich das? Das Dynamic Resolution ist normal, aber das ist so ein Trick, um Spiele auch auf irgendwelchen Potato-PCs auch häufig laufen zu lassen. Ja, die grundlegende Geschichte, wenn man das jetzt technisch betrachtet, das Ding ist sehr, sehr stark kalierbar. Es funktioniert gut. Das ist, jetzt bitte nicht abwertend verstehen, das ist ein klassischer Konsolentitel. Das Ding funktioniert, wie der Georg gesagt hat, auf Potato-Hardware und es funktioniert auf Potenta-Hardware. Darum sind solche Features interessant, die eben die Auflösung dynamisch runter- oder raufskalieren, damit die Framerate stabil bleibt. Nur das Erkennen des Spiels, welche Hardware du verwendest, ist beschissen. Und das ist beim AAA-Titel in dieser Qualität nicht hinnehmbar. Ich habe das Spiel gestartet, bei mir war es auf 12, 80 mal 27 oder sowas eingestellt. Ich konnte alles auf Maximum stellen, restlos und in einer tiefer Auflösung spielen mit 120 FPS, aber die Default-Einstellungen waren Pixelbrei, der zum Speiben war. Und sowas darf nicht passieren. Aber es ist, es erkennt schon, was du gehört hast. Es ist super sogar. Das Ding hat mir gezeigt, welchen Monitor ich habe und ich habe einen skurrilen China-Monitor, der relativ neu ist und habe mir den geholt und den hat erkannt. Dann hat es mir gesagt, das liest aus der Weser-Schnittstelle den Namen vom Monitor aus. Aber das Spiel weiß es, also es erkennt die Hardware genauso wie die Grafikkarte und, und, und. Es weiß alles über mich. Es weiß, wie viel fucking VRAM es gerade von mir verwendet. Das zeigt es mir auch an. Aber die Defaults sind halt überhaupt nicht optimiert und zeigen die, also zeigen die auch nicht wie sonst eine sehr solide, gute Erfahrung oder eine super Erfahrung, sondern sie zeigen dir offensichtlich ganz zu Beginn eine völlig unausgeglichene. Verstehe ich auch nicht so richtig. Ja, also wie Sigi schon sagt, das ist, was du jetzt auch gerade nochmal nacherzählt hast, das Spiel hat wohl eindeutig Probleme damit, deiner Hardware die geeigneten Settings zu liefern. Sprich, es erkennt deine Hardware ja, aber es liest daraus nicht ab, welche Performance sie hat und was man da jetzt einstellen könnte, damit es für dich das beste und gutaussehendste Spielerlebnis wird. Das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ich finde allgemein, und das ist so ein Punkt, das ist nicht nur bei den Optionen der Fall, sondern das ist auch allgemein der Fall im ganzen Spiel. Die Menüstruktur ist sehr stacked, also die ist wirklich sehr verschachtelt und es ist wirklich, man kann eine Menge einstellen, es ist klar logisch, es gibt den Call of Duty Warzone Beauty Salon für alles mögliche, also du kannst dein Aussehen noch anpassen, das musst du natürlich auch alles freispielen. Du musst erst mal alles, was cool ist, optisch gesehen, das musst du alles freispielen oder musst du kaufen. Das ist klar, das ist ein Free-to-Play-Spiel, müssen wir nicht drüber reden. Die wollen Geld damit verdienen, indem du dir die Schönheit erkaufst. So ein bisschen eine kleine Analogie zum echten Leben auch. Und ich muss sagen, ich bin cool damit, ich habe das akzeptiert, ich bezahle ja nichts dafür und ich kann trotzdem mehr spielen und ich kann auch viel selber freispielen. Ich habe es mal so kurz überrissen, man muss jetzt nicht zwingend Geld investieren, um an coolere Items oder coolere Skins oder so zu kommen. Man muss halt nur viel Zeit dann investieren, aber das ist klar. Was mich allerdings wirklich nervt, ist, dass es halt wirklich sehr verschachtelt ist und teilweise weiß man nicht, wie bestätige ich jetzt, dass ich das wirklich equippen will, weil das, mal ist es unten links, mal ist es in der Mitte links, mal ist es rechts, die Bestätigungsgeschichte. Teilweise ist es auch im Deutschen komisch übersetzt. Das sind alles so Sachen, die machen das Look and Feel und die Usability vom Menü halt nicht gerade besonders einsteigerfreundlich. Ich habe heute zum Beispiel einfach mal so 20 Minuten durch die Menüs geklickt, weil da überall so grüne Quadrate waren, die bedeuten, dass da was Neues ist. Und stellenweise bin ich diese Quadrate nicht losgeworden, weil ich einfach vergessen habe zu bestätigen, dass ich einen Text gelesen habe. Und das finde ich halt einfach ist so Menü-Design von vor 10, 15 Jahren. Also es muss wirklich nicht sein. Und das können die auch besser. Ja, also die Call of Duty-Reihe ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Indie-Entwickler sitzen, sondern es ist halt einfach AAA-Gaming at its best und die Budgets für die Entwicklung sind hoch. Also da hätte man noch mal jemanden drüber dran setzen können, der das Ganze noch mal irgendwie so überbauen überblickt. Insgesamt muss ich sagen, hat es sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, unter welchem Menüpunkt sich jetzt was versteckt. Und das ist auch so ein Punkt, den man im Spiel ankreiden kann. Also das muss ich halt wirklich durchklicken und auch die Bildschirmtexte ein bisschen lesen, um zu verstehen, wo man sich jetzt gerade befindet. Weil manchmal denkt man so, what the fuck? Was wir einen sehr, sehr argen What the fuck-Moment beschert hat. Wenn du die Auflösung verändern möchtest, da habe ich was in etwa 10 Minuten lang gesucht, gemeinsam mit dem Tom, weil das Spiel einfach scheiße ausgeschaut hat. Und du musst ernsthaft auf Advanced Options gehen, um einfach nur das Auflösungsmenü zu finden. Weil das ist in einem PC-Spiel ja nicht irgendwie Standard, dass man da einfach einen Dropdown hat, das man findet. Du musst auch für jede zweite Grafikeinstellung, die du endest, das verdammte Spiel neu starten. Okay, Leute, ich würde da jetzt echt kurz reinrätschen, weil ich möchte nicht 20 Minuten über Menüstrukturen quatschen hier. Hat irgendwer sonst noch was Essentielles zu dem Game zu sagen? Weil ich würde es uns zeigen, wir kommen zum Fazit. Ein paar Dinge noch zum Game Passing, weil wir da am Anfang relativ wenig darüber gesprochen haben. Die Map selber ist relativ groß, die kommt mir zu groß vor und diese Cluster, die auf dieser Karte sind, also da gibt es so Flughafen, Hallen, Bahnhöfe, was auch immer, irgendwelche Industriehallen, es sind lauter so Grätzl quasi, wo du drinnen dich bewegst oder draußen dich bewegst, aber irgendwie nicht einen flüssigen Übergang zwischen den außen Elementen hast. Das heißt, es bewegt sich alles in so kleinen Grüppchen. Die Map, die könnte halb so groß sein, das wäre auch okay. Oder bin ich da allein mit dieser Meinung? Ich bin noch nicht der Meinung, dass das Pacing so schnell ist. Es kommt darauf an, wo du runtergehst, aber wir hatten, also ich weiß noch, in der Runde, in der ich mitgespielt habe beim Battle Royale, da war ich sehr lange genau gar nichts an Engagement. Da sind wir im Offenen herumgelaufen, ewig lange und ich glaube, es hat 15 Minuten gedauert, bis wir einen Gegner gesehen haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so das Standarderlebnis ist in dem Spiel, aber ja, also die Map kommt mir auch übertrieben groß vor. Aber wer weiß, ich meine anscheinend werden die Server ja sowieso nicht voll und es sind eher 80, 90 Spieler dabei als 150. Vielleicht ist das dann besser, wenn der Queue mal wirklich voll wird, aber ja. Also, ja, am Anfang, also als wir das erste Mal gespielt haben, kam mir das auch so vor. Ich habe jetzt irgendwie heute nochmal ein paar Solo-Matches reingehauen und so und mittlerweile sind die Server auch voller und es geht auch schneller voll. Es dauert zwar immer noch unverhältnismäßig länger als in PUBG, aber vielleicht ist das Matchmaking auch einfach ausgefeilter. Who knows? Und mittlerweile ist es so, dass wenn man in den Kreis droppt, man also innerhalb von fünf bis zehn Sekunden in einem Fight ist, wenn man es drauf anlegt und nicht gerade in die entgegengesetzte Richtung wegläuft. Und teilweise, wenn man zu lange in der Luft ist, wird man auch schon ganz gerne mal im Fliegen abgesnipert. Also, da muss ich sagen, dass diesen Punkt kann ich nicht so ganz mehr nachvollziehen. Ich glaube, das ist auch eine Lernkurve beziehungsweise einfach eine Art und Weise, wie es jetzt gespielt wird, dass es deutlich aggressiver gespielt wird als noch vor zwei, drei Tagen. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass die Map zu groß ist für die Anzahl der Spieler. Das schreit doch nach der Schlussrunde. War das das Fazit? Ne, Fazit müssen wir ja jetzt noch bilden. Also, Tomo ist gerade weg, deswegen müssen wir an dieser Stelle mal kurz das Ruder übernehmen. Hat in das Virus ereilt, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht. Ja, ich glaube, es wird nicht dringend noch eine Runde Warzone spielen, ich glaube, es wird eher etwas anderes Klopapier kaufen oder ähnliches. Bevor wir da jetzt wildeste Mutmaßungen anstellen. Kommen wir zum Fazit. Mein Fazit ist, ja, wer es irgendwie Arcade-Shooter mag oder irgendwie speziell Call of Duty eh schon immer super gefunden hat, er kann sich das anschauen und für den ist das wahrscheinlich auch etwas. für Leute, die vielleicht Shooter lieber etwas nüchterner, realistischer haben, so in die Richtung PUBG eben, die werden, glaube ich, keine so rechte Freude damit haben. Also, es ist für sich gesehen nicht das schlechteste Spiel, manche Marketing-Entscheidungen und Namensgebungen sind, wie besprochen, völlig gaga, aber ja, es ist halt ein Arcade-Shooter für den Mainstream. Also, ich muss kurz ein bisschen mein Fazit nochmal überdenken beziehungsweise nochmal ein bisschen revidieren, was ich vorhin noch geschlossen habe, da habe ich nämlich einfach geschrieben, würdet ihr es weiterempfehlen? Nein. Ich sage, es hat durchaus seinen Charme, weil es relativ schnell in den Fight geht, man relativ schnell ja, relativ schnell zur Action geht, man jetzt nicht so eine lange Lootphase hat wie in PUBG und dann halt irgendwie geiles Loot hat und dann wird man irgendwie aus dem hintersten Drecksloch weggesnipert und ärgert sich einfach nur. Diese Situation hat man einfach nicht so richtig. Ich war ein bisschen erschlagen von der Optionsvielfalt und es hat wirklich ein bisschen gedauert, bis ich mit der Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, warm geworden bin. Was aber auch daran liegt, dass ich natürlich relativ viel PUBG-Spiele und da dementsprechend auch eine gewisse, eine etwas andere Spielerfahrung erwarte bei einem Battle Royale, ich muss ganz ehrlich sagen, unterm Strich gesehen und mit der Tatsache, dass es halt ein Call of Duty Battle Royale ist, wo ich halt natürlich auch ein bisschen mehr Perfektion erwarte, ist es jetzt keine Enttäuschung, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, wow, das werde ich jetzt die nächsten 400 Stunden intensiv durchsuchten. Es ist aber auch nichts, wo ich jetzt sage, dass ich es sofort wieder weglege. Also ich würde mich da schon nochmal gerne reinfuchsen. wenn es ein Duo oder ein Single-Modus gibt, würde ich das gerne im Single-Modus nochmal ein bisschen weiterspielen, weil ich im Single-Modus finde ich es relativ cool, habe ich jetzt festgestellt, weil es halt so schnell ist und weil es mich so ein bisschen auch mehr in Richtung ja, Deathmatch auf einer großen Map mit ein paar kleinen spielerischen Gimmicks erinnert. Also ich finde es interessant und ich werde sicherlich noch ein bisschen weiterspielen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich davor stehe und denke so, wow, ist das geil. Vor allem, weil mich das Szenario halt wirklich abschreckt. Ja, da kann ich eigentlich nur, nur mich dranhängen. Das Szenario selber, das Setting, das Stil des Spiels, das kann gefallen, muss aber nicht. Das ist absolut nicht das meine. Ich kann mich damit genau gar nicht anfreunden. Aber wenn man das so stehen lässt, bleibt ja noch das Gameplay an sich über. Wie du schon gesagt hast, das ist einfach ein großes Deathmatch. Ich sehe jetzt nicht den Grund, warum man das alleine spielen sollte, weil einfach diese Team-based Objective-Geschichten verloren gehen. Darum finde ich auch diesen Blunder-Mode relativ gut gelungen. Das Battle Royale finde ich absolut daneben und gar nicht gelungen, weil einfach diese Spannung und diese Frustration eben nicht aufkommt. Du bist einer von 150 und überlebst am Schluss. Und da muss es frustrierend sein, wenn ich da fünf neue Chancen habe, dass ich in das Spiel wieder reinkomme und an jeder Ecke Lootende nie finde, das ist einfach ein völlig anderes Feeling. Wer solche Spannung haben möchte, der soll Ring of Elysium, PUBG, Islands of Nine, Fortnite meinetwegen spielen, aber bitte nicht Call of Duty Warzone. Wenn man jetzt Call of Duty an sich mag, so Team-Objective-based gerne spielt, der Blunder-Mode ist sicher interessant zum Spielen und ganz nette Abwicklung für zwischendurch. Aber ich hätte mir von einem Triple-A-Titel eigentlich mehr erwartet, besonders wenn es 80 GB Download ist. ja, da gibt es Early-Access-Battle-Royale-Spiele, die spielmechanisch und von den Möglichkeiten her mehr drauf hatten. Das heißt, ich werde es wahrscheinlich weniger spielen. Keine Empfehlung von mir an dieser Stelle. Keine Empfehlung von der Ziggypedia. So, und dann müssen wir euch hier tatsächlich mit einem Cliffhanger verlassen, denn Tomo ist verschollen. Und wenn ihr wissen wollt, warum Tomo plötzlich verschollen ist, er wird euch das sicherlich beim nächsten Podcast beantworten und sonst zwingen wir ihn einfach dazu. Denn das war es auch schon für diese Woche. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Planmäßig wird es in zwei Wochen, aber weil wir jetzt alle in Quarantäne sitzen, legen wir vielleicht dazwischen eine Folge ein. Wir werden es sehen. Falls ihr es noch nicht habt, abonniert unseren Gaming-Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Uns gibt es auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, auf Castbox oder wo ihr auch immer eure Podcasts hört. Ja, wenn ihr up to date bleiben wollt, ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook, auf YouTube und auf Twitter folgen. Ihr könnt auch mit uns spielen, unfassbar, aber wahr. Und dazu kommt ihr einfach in unseren Voice-Chat, den findet ihr unter Rebellity slash Discord und wie der Link es schon verrät, wir verwenden dafür einen Discord-Server. Ja, wir spielen PUBG, manchmal League of Legends und ein paar andere Spiele. Das heißt, ja, schaut einfach rein, am Abend sind wir meistens online und hin und wieder streamen wir unsere virtuellen Abenteuer auch auf Twitch. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao und gesund bleiben. Auf Wiederhören.